So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und am Anfang muss ich erstmal sagen, sorry, dass ich am Wochenende kein Video machen konnte, mein Internet hat nicht ganz mitgemacht und manchmal macht einem die Technik einen Strich durch die Rechnung und ja, deswegen konnte ich leider kein Video machen, aber wir sind zurück mit Tekken 7 und ich werde jetzt wieder einen neuen Kämpfer für euch vorstellen und einfach ein bisschen zeigen, wie er sich so spielt. Ich bin jetzt nicht am besten mit ihm, aber er ist ein richtig cooler Kämpfer und schon länger in Tekken dabei und es geht um Feng Wei. Ich wähle natürlich links aus, es kam jetzt letztens auch ein Patch, der das Spiel ein bisschen verbessert hat und ja, jetzt kommen wir zu Feng Wei. Der ist auch schon länger in Tekken dabei. Habe jetzt auch schon meinen Silberness Tiger Abzeichen oben. Ich stehe ja eh auf Tiger. Ich finde die Tiere einfach toll. Get ready for the next battle. Das ist immer das coolste Intro, wenn man das sieht. Schon seit Jahren bei Tekken dabei. Und ja, Feng Wei ist wie gesagt ein sehr cooler Kämpfer. Ich finde seinen Kampfstil richtig cool. Und er ist sehr schnell und hat viele verschiedene Schläge, die eben sehr unvorhersehbar sind. Also er hat halt tiefe Schläge, hohe Schläge wie jeder andere auch, aber er kombiniert es sehr, sehr schnell. Und er hat auch sehr starke Faustschläge, die man mit den Dritten dann so kombinieren kann, dass man den Gegner eigentlich nicht mehr dazu kommen lassen kann, dass er aufsteht. Und er hat auch verdammt coole Schläge, wo er die Gegner eben immer zu Boden haut. Und das geht auf jeden Fall gut ab, wenn man mit ihm richtig gut kämpfen kann. Ich habe ihn jetzt schon länger nicht mehr gespielt. Ich konnte in Tekken 5 ziemlich gut mit ihm kämpfen. Und Tekken 6 auch. Aber dadurch, dass jetzt ein bisschen Zeit vergangen ist zu Tekken 7, habe ich natürlich ein bisschen ein paar Schläge verlernt. Und in letzter Zeit kam ich nicht so dazu, Tekken zu spielen. Deswegen mache ich jetzt nicht die krassesten Schläge mit ihm, aber ihr solltet einfach nur ein bisschen Einblick bekommen, wie er sich so spielt und was er so für Schläge hat, damit ihr halt ein bisschen seht, was Tekken alles so für Kämpfer zu bieten hat. Und ich finde, für das, dass ein paar Klassiker fehlenden Tekken haben sie auf jeden Fall so mit die Besten reingebracht. Auch so die Neuen, die dazu gekommen sind, sind auf jeden Fall auch sehr cool und fügen sich gut in das Tekken-Universum ein. Oder zumindest halt in die Kämpferriege. Da kann man echt nichts sagen. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass sie die Leute zurückbringen, die halt Fan-Favoriten sind, wie Lei Wu Long und sowas. Das sollten sie auf jeden Fall machen. Und jetzt kommt ja Tekken Bowling, wie ich schon in meinem letzten Video gesagt habe. Da freue ich mich riesig drauf, dass das kommt. Und würde mich natürlich freuen, wenn das nicht der einzige Modus ist, der kommt. Wenn sie dann vielleicht noch andere Minispiel-Modi reinbringen. Denn mehr Umfang und mehr Modi ist ja immer gut für ein Kampfspiel. Denn wenn man die Story mal durch hat zum Beispiel, dann wird man das ja nicht so oft machen. Dann spielt man meistens online. Und deswegen finde ich sowas immer gut, wenn mehr Modis dazukommen. Und das Spiel soll ja auch richtig lange unterstützt werden. Also mindestens ein Jahr wollen sie das Spiel supporten mit Patches und Balance und so weiter. Und deswegen finde ich das super. Also da können sie ruhig die anderen klassischen Modi auch noch dazu bringen. Also da hätte ich nichts dagegen. So, wir haben jetzt schon den nächsten Kämpfer besiegt. Und Fangvay macht mir wirklich riesig Spaß. Ich muss mich natürlich jetzt wieder an ihn gewöhnen. An seine Schläge und so. Und er hat dann natürlich auch in Tekken 7 neue Schläge dazubekommen. Jetzt kämpfen wir gegen Steve, dem Boxer. Ich finde auch die Stages haben einen Tekken 7. Also die Stages haben sie so schön gemacht. Und es gibt natürlich wieder verschiedene Stages, wo man eben auf verschiedene Ebenen kämpfen kann. Wenn man den Gegner dann gegen die Wand haut, bricht die Wand weg und dann kann man runterfallen und so. Und das macht dann natürlich mehr Schaden. Das gab es vorher nicht so oft in Tekken. Das kam dann erst mit Tekken 4 dazu. Zumindest in Tekken 4. Hatte man dann die Möglichkeit, dass man eben zur Wand gehen konnte. Oder dass man kein rundes Tablett hat, wo man sich drauf bewegt. Denn vorher war es so, dass man sich immer auf so einer runden Scheibe bewegt hat. Also man konnte nie den Kampfbereich, das Ende vom Kampfbereich erreichen. Und jetzt haben sie es eben so gemacht, dass man gegen die Wand schlagen kann, dass man den Gegner öfter in der Luft halten kann und so. Und dadurch hat sich Tekken auf jeden Fall weiterentwickelt. Und jetzt durch die neuen Rage Arts und Rage Drives hat sich das Spiel natürlich nochmal weiter verbessert. Und hat noch ein bisschen mehr Taktik bekommen. Denn so ein Rage Art oder Rage Drive kann so kampfentscheidend sein. Also das ist wirklich krass. Vor allem je mehr Energie man ja oder je weniger Energie man verloren hat oder eben nur noch hat, umso mehr Schaden macht das alles ja dann. Und ich hatte schon ein paar krasse Kämpfe, wo wirklich Rage Art oder Rage Drive das kampfentscheidende Element war. Und dadurch verändert sich natürlich nochmal das ganze Spiel und macht das Ganze noch ein bisschen spannender. Und vor allem ist man dann als Kämpfer, wenn man jetzt mal einen guten Gegner hat gegenüber, ist man dann nicht sofort K.O. oder hat nicht sofort eben den Nachteil, sondern kann den Kampf eben noch drehen. Und das finde ich wirklich super. Und das ist einfach gut eingefügt worden ins Spiel, ohne dass es eben die Leute, die alten Fans irgendwie so durcheinander bringt, sondern man sagt, boah, oh nee, so viel. Sondern es ist genau so geändert, dass man es schnell lernt und dass es sich eben gut einfügt in Tekken. Und die Kämpfe entdecken sind ja sowieso schon sehr schnell zu Ende, weil es manchmal wirklich drei, vier Schläge kannst du machen, da ist schon fast die Hälfte der Energie weg. Also es kann sehr schnell entdecken gehen. Mit eins der schnellsten Spiele, finde ich, was das K.O. angeht. Also wenn da jemand gut drauf ist, zum Beispiel mit King einmal einen Packen macht, kann man schon eigentlich den Kampf gewinnen. Deswegen ist da schon wichtig, dass man sich da eben gut drauf einstellt und jetzt den Rage-Art, zum Beispiel jetzt startet Hayachi und ich den Rage-Art und da kam es die Zeit drauf an, wer als erstes trifft. Und das kann halt Kampfentscheidend sein. Hätte mich jetzt Hayachi getroffen, wäre ich auch weg gewesen. Und das finde ich richtig cool, dass es eben so einen Twist hat und das Ganze nochmal ein bisschen spannender macht. Jetzt kommt wieder Kazumi mit ihrem Mieze-Kettchen, die ihn ihrer Teufelshorn richtig nerven kann. Die kann einem wirklich richtig Probleme machen. Aber, ja, die werden wir jetzt schnell platt machen. Zack, 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 keine Chance lassen. Aber jetzt, jetzt, jetzt will sie es wissen, oder was? Ne, ne, die haben wir jetzt, zack, gewonnen. Schnell zu Ende machen, dass wir noch zum Story-Fight kommen. Jetzt macht sie wieder ihr super Blitz-Ding, ey. Irgendwie haben alle, die mit Hayachi zu tun haben, haben irgendwelche krasse Fähigkeiten. Sein, sein Onkel, ne, sein, sein Vater. Dann seine Frau. Sein Soh, sein Sohn. Und dann noch der Sohn von dem Sohn. Irgendwie, und Hayachi selber hat irgendwie keine Teufelsfähigkeiten. Also, es ist schon krass, dass er der Einzige ist, der es nicht kann. Aber vielleicht kommt es noch, wer weiß. Oh, jetzt, jetzt gibt es aber Vollgas. Rage Art auspacken. Der Rage Art von Feng Wei ist auch ziemlich schnell, also, der ist sehr kurz. Aber dafür haut er ganz schön rein. Oh, oh. Das wird, das wird gefährlich. Komm schon. Und, der andere noch ein bisschen. Oh, das wird knapp. Oh, yeah. Great. Finish the fight. Okay. Wir haben gewonnen. Yay. Game over. Ja, jetzt kommen wir noch zum Story Fight von Feng Wei. Mal schauen, was da wieder abgeht. Feng Wei hatte sich immer an den Text der Godfist Schriftrolle gehalten. Besiege alle anderen Meister und eigene die ihre Stile an. Der perfekte Krieger überragt alle, um zum Drachengott zu werden. Nachdem er gegen Meister viele verschiedene Stile gekämpft hatte, kehrte Feng zum Trainingsort seiner Kindheit zurück, um sein intensives Programm fortzusetzen. Dann tauchte eines Tages ein unerwarteter Besucher auf, ein geheimnisvoller Mann, der Kraft nur so ausstrahlend schien. Als dieser ihm mitteilte, dass er seinen Wunsch wäre, zu kämpfen, hatte Feng kein Grund, dies abzulehnen. Schweigend nahm er die Herausforderung seines Gegners an und machte sich bereit für den Kampf. Wer ist es wohl? Oh, Law. Bruce Lee in Tekkenform. Ja, die Stage von Law ist auch richtig nice. Oder ist es, glaube ich, gar nicht die Stage von Law, ist, glaube ich, die Stage von Feng Wei. Die sieht auch richtig cool aus mit dem Drachen im Hintergrund. Aber es kann auch von Law sein, denn Law ist ja, hat ja, ne, okay, ne. Eigentlich, eigentlich muss es Feng Wei sein, weil er hat ja eine Drachenschriftsrolle. Zack, die Schläge sind richtig cool von Feng Wei, weil er immer so ausholt und dann die Gegner am Boden klatscht. Ist auch cool, dass man immer diese Effekte am Boden hat, dass alles so zerbricht und so. Das ist auch eigentlich besser geworden. Das gab es schon früher, aber ist jetzt früh besser. Und da haben wir auch schon gewonnen. Jetzt kommt kurz die Story-Sequenz. Bis gleich. Bis gleich. Das war's für heute. So, dann komme ich damit auch wieder zum Ende vom Video. Ich hoffe, wie immer, dass es euch gefallen hat. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde mich natürlich immer einen Daumen nach oben freuen. Das finde ich immer toll, wenn ihr mir zeigt, dass es euch gefällt. Und ansonsten könnt ihr mir natürlich in den Kommentaren schreiben, wie ihr Tekken so findet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald, euer Monster. Bis bald. 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 Bis bald.